Hallo, hallo! Hier ist Marvel1972. Ich melde mich zurück im WZ120 auf Alpenstadt. Ein Tiergefächtnis! Und das heißt... Auf geht's! Viel Freude meistens. Wir sind auf jeden Fall schon mal freudig der Regen. Haken. Recher. Schiebung. Sie haben uns eine Kette abgeschossen! Wir stecken fest! Sieben zieht besserer Patzer als du darfst! Wirkungstreffer! Sidescrap! Nein! Ich liebe ihn! Habt ihr nicht gerechtet? Sieht bereits wissen! Ich bin schnell! So viele Gegner hier? Aufrennen! Los für einer und die sind fertig! Eine unserer Ketten wurde getroffen! Wo ist Patzer rum, wenn man sie braucht? Ich weiß man. Eine unserer Ketten ist zerstört! Wenn du jetzt noch einmal einer in die Kette schießt, dann krieg ich durch hier! Wirklich los geht's! Den haben wir fertig gemacht! Ich will dich mal eingeladen. Das fühlt sich auch nicht so an. Eigentlich fühlt sich so an, als hätte ich die ganze Zeit fertig gemacht. Volltreffer! Der ist erledigt! Suchen wir unser neues Ziel! Ein bisschen ruhiger könnte es sein. Volltreffer! Ich weiß nicht, wo dieser Panzer die Panzerung hat. Da muss hier nichts sein. Ach ne, der hat ja auch noch kurz einer reingeschossen. Ne, ne, ne. Kann auch nicht sein. Wir sind aber drauf. Ach, wir kommen noch ein bisschen links. Ist das fair? Da können wir nur durchschießen? Das ist ungefähr. Das ist wirklich unfair. Ja, wir sind natürlich mit jetzt unseren Heap-Points versparsam. Okay, danke. Aber wir sind nicht. Weitere? Nö. Bouncen? Nö. Ich weiß nicht, warum das ist. Ich weiß nicht, warum das ist. Ich weiß nicht, warum das ist. Also ein Schuss. Ist da ganz bestimmt am Ende. Ganz bestimmt. Hey, das ist nicht nett. Ich hab mich auch nicht. Wieder ein Abschluss für uns. Oh Gott, der hat ja eine Schweißtropfen. So, apropos Schweißtropfen. Wo ich auch immer schwitze, sind die Abo-Zahlen. Die Abo-Zahlen von diesem Kanal hier. Da müsst ihr auch mal richtig was, ne. Also 135% kein Abo, ne. Weiß auch nicht. Habe ich neulich ausgerechnet, also gut, dass ich heute Leistungskurs mache. Ich sage Tschüss.